Herzlich Willkommen bei Karikno Ernährungstraining. Ach, es geht schon los. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zum Zwiebelspecial. Ich glaube, ich habe wieder viel zu viel Gemüse eingekauft. Mh, das ist ja richtig lecker. Wie viel Eiweiß benötigen wir überhaupt? Es kommen regelmäßig viele Fragen von euch und ich habe mir hier einige rausgesucht. Ich habe schöne Eier von Üner aus dem mobilen Stall. Mexiko lässt grüßen. Es sieht super aus. Mal sehen, wie es schmeckt. Hier könnt ihr mal sehen, wie schön das aussieht. Ich hoffe, dass das auch schmeckt. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Mh, sehr lecker. Frisch, leicht, perfekt. Karik, das hast du total toll gezaubert. Es schmeckt ganz akkurat. Und wer mehr Tipps, Tricks oder neue Ideen von mir haben möchte, der abonniert meinen Kanal Karikno Ernährungstraining. Und wir verabschieden uns beide, die Mama und ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.